Herzlich Willkommen bei Mahn-Gilzer-TV Straight Outta-Comption heißt die nächste Premiere, zu der ich gehe. Eine Universal-Produktion und ich bin mal gespannt, um was es da geht. Die Bilder sehen ganz wieder nach Action-Film aus. So ein bisschen Ghetto-mäßig. Ich bin mal gespannt und berichte euch gleich mehr. Und mittlerweile habe ich erfahren, dass es in diesem Film um Hip-Hop geht. Und zwar irgendwie in der Nähe von Los Angeles ist das wohl das erste Mal entstanden. Mit einem Herrn, der hieß Dr. Gray. Okay, später noch mehr Informationen. Bis dann. Und ich habe noch mehr Buch-Informationen. Dr. Gray ist eine Kultfigur in der Hip-Hop-Szene. Und den habe ich mir auch schon gesehen. Ein guter Sehner-Schwarzer in einem blauen Maßanzug. Vielleicht sehe ich den ja nochmal. Und dann werde ich ihn nochmal mit der Kamera messen. Und natürlich der mann, der ist Ice Cube, O'Shea Jackson Jr. Wie geht's denn hier? Wie geht's denn hier? Wie geht's denn hier? Ich kann es nicht für euch sehen, dass wir das Film haben. Wir haben viel Arbeit gemacht und wir sind froh, dass wir es mit einem Berlin-Premierer wie dieser. Und der OG, der Grund, warum wir hier sind, Ice Cube. Ja, 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 ich bin bereit, man. Gott, das ist ein lange Zeit gekommen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Tja, jetzt hatte ich eine richtig schöne VIP-Karte, auch für die Party nach diesem Kino. Aber ich bin viel zu müde. Ich fahre jetzt nach Hause. Auf jeden Fall war der Film sehr unterhaltsam. Noch nicht synchronisiert, sondern original mit Untertiteln. Hatte ein paar Längen, war aber bestimmt ein Highlight für alle Hip-Hop-Fans. Tja, und morgen gehe ich zur nächsten Filmpremiere. Naja, und danach gibt es eher ein gemütliches Essen. Ich glaube, das ist eher meins. Da werde ich morgen auf jeden Fall anschließend noch mitgehen. Also dann, bis morgen.